Also, es wird Ernst in Hinzenbach, Oberösterreich, vorletzte Station, FIS Grand Prix 2011. In anderthalb Stunden geht's los und das Wetter spielt hundertprozentig mit. Riesiges Interesse hier. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Na klar, angesichts der Dominanz von Thomas Morgenstern, von Gregor Schlierenzauer, ist das Skispringen natürlich eine ganz große Nummer. Aber auch ohne das. Tolle Volksfeststellung, wie gestern. Es werden sicherlich, so haben uns die Veranstalter gesagt, 5000 Leute hier werden heute, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist gewaltig. In anderthalb Stunden geht's los. Bis dahin, auf Wiedersehen.